Willkommen zurück zu Minecraft PE, ein weiteres Erklärvideo. Diesmal geht's um Musik, um Plattenspieler und um Notenblöcke. Alles, was ihr wissen müsst nach dem Intro. Beide Blöcke, der Notenblock und der Plattenspieler. Ich nutze sie nicht so oft, weshalb es ziemlich schwer war, hier alles zusammen zu kratzen, aber ich glaube, ich habe alles dabei. Fangen wir mal an mit dem Notenblock. Man kann ihn mit Redstone aktivieren. Man kann auch so draufdrücken. Allerdings geht das nicht, wenn ein Block da drüber ist. Dabei ist es egal, ob es ein ganzer oder ein halber Block ist. Solange etwas da drauf steht, funktioniert das nicht. Dann der Plattenspieler. Ziemlich nützlich. Man kann zum Beispiel mithilfe eines Auswurfsblocks, die hier, da Platten einlegen. Aber, wenn man schon eine Platte drin hat, dann kann man die zum Beispiel nicht tauschen. Das geht nicht. Wäre schön, aber geht leider nicht. Dann als nächstes, natürlich kann man die Platten auch manuell einlegen. Aber wenn die Platten mal fertig sind, kann man sie nicht wieder aktivieren mit einem Knopf. Das funktioniert leider nicht. Wäre schön, dann könnte man es nochmal hören ohne das hier. Aber, naja, man kann nicht alles haben. So, schmeißen wir das mal kurz weg. Um die Schaltplatten übrigens zu benutzen, benutzen zu können, müsst ihr euch ein Dada-Pack runterladen im Marketplace. Da könnt ihr einfach beim Suchen nach Musik suchen. Dann gibt es da von Minecraft Musik. Das generiert dann natürliche Musik, die ich hier in der Welt ausgestellt habe. Also, ich habe hier bei Einstellungen die Audio bei Musik auf Null gemacht. Sonst hätten wir jetzt die ganze Zeit Musik. Aber, das braucht man, damit die Plattenspieler funktionieren. So, dann gehen wir mal als nächstes zu den Notenblöcken. Wir haben hier einen großen Haufen von Notenblöcken. Jede Art von Notenblöcken hat ein eigenes Instrument. Es gibt insgesamt 16. Die bekannteste Wahrscheinlichkeit ist die Harfe. Liegt einfach daran, dass sie auf so gut wie allen Blöcken funktioniert. Aber fangen wir erstmal an mit dem Kontrabass. Der Kontrabass, der funktioniert auf allen Holzarten. Auf Werkbänken, auf Stämmen, auf Holzbrettern. Alles, wo ziemlich viel Holz drin ist. Und, ja, so hört er sich an. Ja, das war der Kontrabass. Und ich habe sogar was vergessen. Insgesamt kann man auf dem Notenblock 24 Noten abspielen. Das heißt, wenn man 24 Mal auf den Notenblock draufklickt, kommt man zum letzten Ton. Und, ja, wenn man dann ein 25-mal klickt, kommt man wieder zum ersten Ton. Das hat man hier auch. Stein, Bruchstein, verschiedene Steinarten, Andesit, Diorit und Granit. Und auch sonst ziemlich vielen Dingen, die hauptsächlich aus Stein bestehen. Zum Beispiel auch Öfen. Und, ja, das ist die große Trommel. Klingt für mich nicht irgendwie wie eine Trommel. Mehr wie ein Klicken. Aber egal. Als nächstes die Flöte auf Ton- und auf Honigwabenblöcken. Und die klingt so. Finde ich. Ist ein sehr schönes Instrument. Und dann kommt die kleine Trommel. Die ist draußen, nur halt in klein. Aufs Land. Und Rotumsand. Aufs Sandstein nicht. Ich denke so, wie eine Trommel wäre man. Als würde man ganz schlagen. Aber, na gut. Das müsste es von Höflau. Auf allen Farben von Glas. Und auch auf Schlagzeilen. Ja, Klanghölze. Einfach zwei Holzstücke gegeneinander schlagen. Und die machen Musik. Als nächstes die Gitarre. Auf allen 16 verschiedenen Farben von Wollen. Und, äh, Wollteppichen. Könnte man viele Lieder damit machen. Dann als nächstes zwei Xylophone. Einmal das normale Xylophon. Und das Metall Xylophon. Auf, äh, Knochenblöcken. Und Eisenblöcken. Klingt halt wirklich, als würde man auf irgendeinen Schädel draufhauen. Und das Metall Xylophon. Dann kommen wir schon zur zweiten Reihe. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Das Klavier. Funktioniert, soweit ich weiß, nur auf Glowstone. Und vielleicht noch die Seelaterne. Dann die Kuhglocke auf Seelensand. Und das, äh, Didgeridoo. Ich hab's falsch geschrieben. Auf allen möglichen Arten von Kürbissen. Also der normale Kürbis, der geschnitzte Kürbis und die Kürbislaterne. Das Didgeridoo. Und als nächstes passend zum Heuwein-Proform das Banjo. Ein sehr edler Ton, wegen teuer, schon kapiert, funktioniert auf Emerald-Blöcken. Ich kenne Chip-Tune. Ich kenne Chip-Tune nicht, aber für mich klingt das wie so ne, wie so ne Gitarre, nur halt elektrisch. Ne, Gitarre. So, jetzt haben wir hier zwei Glocken. Haben wir die große Glocke und das Glockenspiel. Auf, äh, Goldblöcken und Packeis. Auf den anderen Eisarten geht das nicht. Ist doof, aber kann man nicht ändern. Daraus könnte man eine Klingel machen. Wenn ihr's wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Und zu guter Letzt die Harfe, die auf so gut wie allem funktioniert, deshalb auch der Barriereblock. Damit haben wir auch schon die ganzen Notenblöcke und Instrumente abgeschlossen. Jetzt gehen wir zur anderen Seite, zu den, äh, zu den Plattenspielern. Das war's. Ja. Hier haben wir jetzt zwölf Platten, die wir uns alle einmal angucken werden. Ich hab's nicht getestet, ob das klappt. Aber das ist grad weggeflogen. C418-13. C418 Katze Reicht Ziemlich fröhlich Am Ende noch ein bisschen Elektro dabei Okay Dann müssen wir das jetzt mal ein bisschen ändern Ich hole die jetzt raus C418 Blöcke Elektro Dann die rote Schallplatte C418 Sperling C418 C418 Weit Klingt wie so ein Handy-Klingelton Wenn ein Handy klingelt C418 Einkaufszentrum Eine ziemlich ruhige Musik Die fröhlich ist Jetzt haben wir auch schon die Hälfte geschafft 6 von 12 Schallplatte C418 Melohi Ich finde es passt Irgendwie so zu einem Krimi Am Anfang Wo irgendwer ermordet wird Hinterrücks Naja C418 Stahl Irgendwie eine Bar Wo auch mal getanzt wird Also nicht so ein Dance-Club Sondern so eine ganz gewöhnliche Bar C418 Stahl Ein ziemlich fröhliches Lied Was irgendwie Den Anfang Von einem Abenteuer Zeigen könnte C418 C418 Abteilung Abteilung Soundfehler Gruselfilm Gruselfilm Die hier überspringen wir erst mal Das ist nämlich die kaputte Schallplatte Die man eigentlich nicht Abspielen sollte Aber sie trotzdem abspielen kann Auch so ein fröhliches Lied So wie Ähm Ich weiß nicht mehr was das war Melohi glaube ich Und auch irgendwie wie Einkaufszentrum halt Naja Und als letztes die kaputte Schallplatte Elf Ähm Herobrine Ähm Leute Hilfe Herobrine war hier Spaß Herobrine Sei hat das Spiel verlassen Damit kann man gut Leute reinlegen Nun gut ich hoffe es hat euch gefallen Leute Wenn ihr mehr von solchen Erklärvideos wollt dann lasst mal ein Like da Und übrigens Stimmt unbedingt bei der Abstimmung ab Wenn euch Minecraft interessiert Denn Minecraft ist auf dem letzten Platz zusammen mit SFS Und ja wenn ihr das weiter hören wollt oder sehen wollt solltet ihr unbedingt Minecraft anklicken Sonst gibt es das nicht mehr Tschüss